Guten Morgen! Versuchung und Anfechtung, das was dein Glauben richtig herausfordert, auf die Probe stellt, kennt jeder Christ. Oft kommt es plötzlich und unerwartet und trifft einen mit einer richtigen Wucht. Und wenn man sich mittendrin befindet, fühlt man sich auch irgendwie richtig schwach, hilflos und alleingelassen. Vielleicht ist das das, was du erst gestern oder letzte Woche durchgemacht hast, erlebt hast. Vielleicht ist das das, was morgen oder nächste Woche noch auf dich zukommt. In Epheserbrief Kapitel 6 lesen wir, dass wir alle uns mitten in einem unsichtbaren geistlichen Kampf befinden. Und zwar völlig unabhängig davon, ob ich das jetzt wahrnehme oder nicht. Umso wichtiger ist es für uns also, auf diesen geistlichen Kampf sich vorzubereiten und mit dem Angriff jederzeit rechnen. Und steht zur Verfügung Gottes Waffenrüstung, komplette Ausstattung und Gottes Macht. Und genau darum geht es in Vers 13 bis 14. Vers 13. Hier lesen wir, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr am bösen Tag widerstehen und nachdem ihr alles wohl ausgerichtet habt, euch behaupten könnt. So steht nun fest, eure Lenden umgürtelt mit Wahrheit. Bis dahin. Vers 13 bringt sehr gut auf den Punkt, worauf es ankommt. Nämlich wachsam sein. Jede Zeit mit dem Angriff rechnen. Wache halten. Bereit sein zum Kampf. Dazu steht uns diese Gottes komplette Waffenrüstung. Und das sollten wir nutzen. Das sollten wir anziehen. Apostel Paulus rüttelt uns Christen damit auf, von Schlaf aufzustehen, aufzuwachen. Denn unser Feind schläft nicht und greift genau da an, wo du überhaupt damit nicht rechnest. Heute wollen wir gemeinsam auf erster Teil von Gottes Waffenrüstung eingehen. Und das wäre nämlich Gürtel der Wahrheit. Sogenannte Lendengürtel. Der Lendengürtel trug damals römische Soldat, um erstens seine Waffen, wie zum Beispiel Schwert, darauf zu befestigen und zu tragen. Zweitens, um den Bauchbereich, Unterleib und Lenden zu schützen. Drittens, um seinen Rock, Gewand, hoch anzuziehen und in den Gurt ranzustecken, um darauf zu befestigen. Somit war der lömische Soldat sehr flexibel und jederzeit kampfbereit. Und das ist das Bild, was Apostel Paulus hier verwendet. Im übertragenen Sinne heißt das Gürtel der Wahrheit, der auf aufrichtiges Lebenswandel vor Gott hindeutet. Was so viel bedeutet, im Wahrheit feststehen, im Licht wandeln, mit Wahrheit alles prüfen und alles binden. Wir wissen an der Stelle, dass der Teufel Vater der Lüge ist. Und seine Waffen waren von Anfang an eigentlich dieselben. Das waren die Lügen und die Zweifel. Lügen und Zweifeln bezüglich Gott und sein Wesen. Ob er wirklich gut ist und wirklich gut mit dir meint. Lügen und Zweifeln bezüglich dich und deine Person. Warum? Dass du gut bist und dass du allein schon zurechtkommst und niemanden brauchst. Oder eben andersrum, dass du so schlecht bist, dass keiner mit dir zu tun haben will und dass da überhaupt kein Zurück mehr gibt aus deiner Situation heraus. Also wir merken sehr schnell, da ist in der Tat für jeden von uns was dabei. Das, was mich persönlich anspricht, was mich persönlich fertig macht, runterzieht, aus der Bahn wirft. Umso wichtiger ist das für uns, in Wahrheit nicht irgendwie halbwegs, halbherzig, sondern in Wahrheit festzustehen. Bedeutet an der Stelle zu wissen, an wem du glaubst, zu wissen, an was du glaubst, wem du folgst, wem du dein Vertrauen schenkst, worauf du dich verlassen kannst. Bedeutet an der Stelle zu Wahrheit stehen, in Wahrheit bleiben, wachen, wandeln, nach dieser Wahrheit sein Leben ausrichten. Gemäß dieser Wahrheit denken lernen, Entscheidungen treffen. Gemäß dieser Wahrheit Gefühlen, Gedanken kontrollieren, filtern und zuordnen. Eben Wache halten. Mit dieser Wahrheit ist Evangelium gemeint, Jesus, Christus und sein Wort. Ich erlebe es in meinem Leben und im Leben von vielen anderen Menschen. Oft erleben wir Niederlagen, Mittenanfechtungen, gerade da, wo wir sogenannten Wahrheiten attraktiver erscheinen lassen, mehr als das Wort Gottes. Und das können sehr verschiedene Dinge sein, womit ich mein Leben umbinde. Es könnte meine Kindererziehung sein, so wie ich aufgewachsen bin, meine religiöse Erfahrung, meine Prägung, meine Bildung. Zeit in der Schule, in der Uni, Eindruck, das Gefühl. Demgemäß ist man gewohnt zu denken und zu handeln. Demgemäß denkt man über Gott und sein Wort nach, das Evangelium. Demgemäß denkt man über sich selbst und andere nach, alles was um dich herum passiert. Demgemäß treffe ich Entscheidungen fürs Leben. Und genau damit lassen wir diesen Gürtel der Wahrheit beiseite liegen. Ihr Lieben, um in diesem geistlichen Kampf bestehen zu können, brauchen wir dringend Gürtel der Wahrheit. Mit Wort Gottes sollten wir alles zusammenbinden, sei es meine Kindererziehung, meine religiöse Erfahrung, Prägung, mein Denken, Fühlen, Hören, Lesen, Sehen, Empfinden. Alles soll diesem Wort Gottes, dem Jesus Christus untertan sein. Nur dann bleibe ich bestehen. Nur dann hat das Hand und Fuß. Nur dann bleibe ich bewahrt. Natürlich fördert es Mut, Ausdauer, Glauben, Dämut, Aufrichtigkeit, Einsicht, ständige Bosbereitschaft, Selbstverleugnung. Aber letztendlich führt das dich zur Freiheit von Lüge. Es kann so befreiend sein. Und das meinte Jesus Christus, als er sagte in Johannes Evangelium, Kapitel 8, Vers 31 bis 32, Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch freimachen. Was für eine Verheißung! Wenn ich dennoch die Wahrheit Wort Gottes ignoriere, außer Acht lasse, diesen Wort Gottes mich nicht stelle, dann bitte ich eine Angriffsfläche den Teufel an. Wenn ich nicht in Licht wandle, der Wahrheit gemäß lebe, so bin ich ziemlich leichter Beute für den Teufel. Denn er hält ständige Ausschau nach der Beute, nach den Schwächeren. Bedeutet an der Stelle, ich kann mir überhaupt nicht erlauben, schwach zu sein, mir gehen zu lassen. Im Peter Petrus Brief, Kapitel 5, Vers 8, lesen wir mehr davon. Seid nüchtern, besonnen und wacht, denn eure Widersacher, der Teufel, geht umher wie eine brüllende Löwe und sucht, wenn er verschlingen kann. In den letzten Jahren war christliche Welt immer wieder tief erschüttelt über Geschwister in Glauben, die tief gefallen sind. Sei es durch Ehebruch, Geld für Untreuung, Irrglaube bis hin zum Abfall von Glauben. Darunter auch namenhaften Christen, die viel im Reich Gottes bewirkt haben. So traurig das auch sein mag, aber das ist auch eben eine Warnung für jeden von uns, für dich und mich, dass ich und du sehr schnell der Nächste sein können, wenn wir nicht in Wahrheit feststehen. Wenn ich nicht mich auf dieses Wort verlasse, mein Leben danach ausrichte, wenn ich nicht in mein Leben aufräume. Deswegen will ich heute dir Mut machen, stehe fest in Wahrheit, lebe danach, schaffe alles aus deinem Leben raus, was Gott im Weg steht oder stehen könnte. Räume auf, bitte keine Angriffsfläche den Teufel an, entlarve die Lügen, entlarve die Überzeugungen, Herzenshaltungen, Grundhaltungen, Prinzipien, die dem Wort Gottes widerstehen, widersprechen. Denk bitte daran, dass in diesem Kampf grundsätzlich du nicht alleine bist, sondern Heiliger Geist ist bei dir und er führt und leitet dich und er greift dich unter die Arme, wenn du schwach bist, gerade da, wo du nicht mehr kannst. Du kannst und darfst dich mit Gottes Kraft und Macht mitrechnen, denn du verlässt dich nicht auf dich, nicht auf dein Können, nicht auf deine Erfahrung, sondern du verlässt dich auf Gott und sein Wort. Und auf Gottes Wort ist Verlass. Gott steht zu seinem Wort, also nehmen wir Gott bei seinem Wort. Nutze Gott der Wahrheit. Amen. Amen.